Frenkel Frotzelt Heute Let's Play Clomanager Deluxe Jetzt war schon fast alles erobert Alles rot Nur noch das blaue kleine Miniteil da oben Hat der blöde Penner von Mr. Methan Und dann da links unten ist noch was frei Und da Ich dachte, ich kann jetzt einfach alles erobern Und dann habe ich gewonnen Aber da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher Der hat nämlich geschrieben Ich brauche eine neue Stufe Nämlich Clomanager Ich bin momentan Rollenverwalter So Clomanager Das funktioniert über Auszeichnungen Diese Auszeichnung fehlt mir noch Ich habe hier irgendwie die goldene Klobürste links zum Beispiel Und da hinten rechts habe ich noch was Und hier eine Medaille Aber der Preis für Wirtschaftlichkeit Der fehlt mir noch Und den brauche ich, um das zu gewinnen hier Normalerweise müsste ich auch gewinnen Wenn ich mir alles abnehme Und alles für mich besetze Das werde ich auf jeden Fall versuchen Und zweigleisig fahren Und dann eben noch versuchen Diesen Preis für Wirtschaftlichkeit zu holen So Wie kriege ich den? Es heißt, ich muss 10 Runden lang Irgendwie in jedem Klo Die optimalen Preise eingestellt haben Ja, woher weiß ich denn, was optimale Preise sind? Ich habe keine Ahnung Das werden wir trotzdem mal ausprobieren Aber jetzt erst nochmal Udo Übel Das werden wir auf jeden Fall nochmal versuchen Den Vollkotzer Auf den Hals hetzen Ja, das tut weh, Mr. Methan Ich bin ja gespannt, ob das denn jetzt auch so geht So Jetzt können wir das Gesundheitsamt schicken Dann kriegt er wieder eine Strafe Also ich fahre jetzt zweigleisig Ich versuche alle Parzellen hier zu erobern Um ihn noch weiter zu quälen Damit es ihm richtig weh tut Und gleichzeitig werde ich versuchen Die Preise alle zu senken Um vielleicht irgendwie da Preis für Wirtschaftlichkeit zu holen So, was hat er? Ein verschmutztes Klo hat er Das reicht mir 39.000 Ja, und neue Parzellen kaufe ich nur Wenn er gerade eine verliert Weil dann ja irgendwie der Preis steigt Und das wird ja für ihn immer schwieriger Sonst verlitt er ja kein Geld So, jetzt Brennen wir ihm die Scheißgerüchte auch noch drauf Jetzt wird ernst gemacht Ich habe keine Ahnung Ich dachte eigentlich, ich kann ihn in der Episode platt machen Aber das sieht mir nicht so aus Weil es dauert ja allein schon eine halbe Stunde Die ganzen Preise neu festzulegen Mann Und wisst ihr, was ich auch noch mache? Ich werde Die vierten Klos Die werde ich jetzt auch noch optimal ausstatten Da ist zwar das Risiko größer Dass ich meine Parzelle verliere Aber ich kann die so oder so verlieren Die Parzelle Auch wenn ich das Nicht tue Weil wenn er mich vollkotzt Mein viertes Klo Dann ist das auch verschmutzt So, falls ihr kein Wort von dem versteht Was ich hier gerade erzählt habe Weil ihr natürlich absolute Noob seid Und ich bin da voll Profi Dann vergesst das einfach Schaut mir einfach zu, was ich mache Ich werde jetzt erstmal hier Diese vierten Klos alle komplett super ausstatten Und dazu brauche ich Scheiße, was brauche ich denn da? Da brauche ich Moment mal Eins und Flughafen Drei Wie viele Parzellen habe ich denn? Ich habe völlig den Überblick verloren Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn Vierzehn Parzellen habe ich Das heißt, ich brauche jetzt nochmal Scheißendreck Vierzehn mal Apokalypse Das wird teuer, meine Freunde, ey Aber ich mache das jetzt so Das ist vielleicht eine Möglichkeit, den niederzuringen Ich hoffe es, ja So Smaragd hat er ja Da brauche ich noch 14 mal den Kaiserstuhl Da geht sie da hin Die sauer verdiente Kohle So Und dann Moment Ja Tja Na gut, also, dann fangen wir mal hier an Bleibt uns ja nichts anderes übrig Wir werden jetzt hier erstmal Die Apokalypse einbauen Also rechtsrum wäre es schneller gewesen, ne? Und Brille Den Kaiserstuhl Rolle Papier ist auch doof, oder? Obwohl, das würde Geld sparen Na komm Machen wir erstmal Optimum So, und den Preis Senken wir gleich mal auf Sieben Euro Ja, das passt Ja, liebe Freunde Da draußen vor dem Fernseher Das tut mir leid Das kann jetzt ein bisschen dauern Konnte ja ich nicht wissen Dass das ja so ein Scheißspiel ist Na doch, ich wusste ja irgendwie schon Aber Kaiserstuhl Da fehlt noch was Ah ja, Papier Papier ist scheiße Wir brauchen Merz Boah, das für 14 Dinger Und dann muss ich die Preise noch senken Bei den anderen Das habe ich jetzt wieder vergessen Hier den Preis zu senken, ne? Unvollständig Was ist denn jetzt wieder los? Ähm Ja Merz Ach du Fresse Hey, Mann, oh Mann, oh Mann Ich mach das jetzt mal hier Ich mach jetzt erstmal den Preis Sonst vergesse ich das ja Halt, sieben haben wir gesagt, ne? Nicht sechs Ach Mann, scheiße, ey Das dauert jetzt Das nervt Sieben haben wir gesagt Wir machen jetzt erstmal die Preise Sonst vergesse ich da irgendwas Sieben Keine Ahnung, ob sieben der optimale Preis ist Aber das kommt jetzt wohl wieder aufs Austesten an Bleibt mir ja nichts anderes übrig Und ihr braucht mir gar nicht in die Kommentare reinschreiben Welcher Preis optimal ist Weil das wäre ja cheaten, ja? Wenn ihr mir das verratet Ihr müsst das doch selber rauskriegen irgendwie Kann natürlich sein, dass es jetzt noch 30 weitere Folgen dauert Bis ich dieses blöde Spiel gewonnen habe Aber Ja, macht doch nix Ihr klickt ja immer noch an wie die Blöden Ich weiß nicht warum Aber ihr schaut und schaut und schaut Ja, das ist jetzt komplett Nein, das ist noch nicht richtig Da haben wir auch noch gesagt Sieben So, jetzt aber ne? Habe ich überall sieben Hippipora So, also jetzt brauchen wir hier natürlich Die Apokalypse Und den Geiserstuhl Oh Mann Womit habe ich das verdient? Ein anderer Zuschauer hat ja auch gefragt Mein Gott, wie kann man das Spiel nur so lange spielen? Ja, da fragt er mich, ja? Also ich spiele es deswegen so lange Weil ihr Blödmänner das dauernd anguckt Was soll ich denn machen? Komm doch nicht raus aus dem Schlamassel So, Geiserstuhl Oh, ist das lästig, ey Kacke aus der Misdreckshölle Ich sag's euch Apokalypse Nerz Jetzt habe ich doch bestimmt wieder was vergessen, oder? Ich habe doch ein Gefühl Ich habe doch wieder was vergessen hier Ja, ist nämlich nur punktvoll Was war denn da noch? Ach ja, das hier muss ich auch noch machen Boah, ey, lästig Lästig Wenn ich denn in der Zwischenzeit Euch irgendwas Spannendes erzählen könnte, ja? Witze vorlesen Aber das Blöde ist Man muss sich da auch ein bisschen drauf konzentrieren Auf den Kack hier Und, äh Das ist nicht so einfach Ach, wieder eins zu weit Luxorius Apokalypse Geiserstuhl Wieder eins zu weit Äh Nerz Ein Mist Wahrscheinlich mache ich jetzt wieder irgendwas falsch Ich weiß es doch jetzt schon Da könnt ihr wieder dann klugscheißen Unten in den Kommentaren Hals Das war völlig verkehrt Mann, Frenkel Du musst doch den und den Preis einstellen Bist du denn dumm? So Ja Apokalypse Naja, ihr könnt wenigstens vorspulen Ich muss den ganzen Dreck in Echtzeit machen Äh Ich hasse euch Warum guckt ihr das bis zum Ende an? Könnten wir nicht einfach sagen Ich hab gewonnen Könnten wir nicht einfach sagen Mensch, Frenkel, du hast gewonnen Also wer der Meinung ist, dass ich das Spiel gewonnen habe Yoda in der Sprachenschule Ich kenn mich doch Wollte ich sagen Jetzt fällt's ja wieder ein Scheiß Satzbau So Jetzt haben wir überall kaiserlich Jetzt pass auf Jetzt müssen wir mal gucken Ob überall kaiserlich ist Das sieht gut aus So Und dann gucke ich unten nochmal Ob überall sieben Euro ist Das sieht auch gut aus So Und jetzt müssen wir mal ausprobieren Ähm Mann, ist das ein Scheißdreck, ey Jetzt muss ich ja auch noch sieben Euro machen Vielleicht sollte ich an einem auch mal sechs Euro ausprobieren Damit ich einen Vergleich hab, ne Sonst wird das ja nix Sonst finde ich ja den optimalen Preis nie raus Was immer auch der optimale Preis sein soll Was heißt denn schon optimal? Jetzt wird er mir ständig, ähm Das Gesundheitsamt auf den Pelz jagen Vermute ich mal Logischerweise Huch Was ist denn hier los? Das hab ich ja ganz übersehen Was fehlt denn da? Keine Brille Ohne Brille seh ich doch nix Ah Moment Kaiserstuhl Jetzt passt's wieder, ne Ja, sechs Sieben Sieben, sieben Oh Gott Das zieht sich, Freunde Das zieht sich Es tut mir so leid Das tut mir mehr weh als euch Glaubt's mir Das ist ja grausam Oh, fuck Blödes Spiel, blödes Das kostet mich wieder so viel Platz auf der Festplatte Dieses Aufnehmen Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen Sechs Euro Sechs Euro Sieben Euro Sieben Euro Also Wirtschaftlichkeit Also Wirtschaftlichkeit Da muss ich da nicht vielleicht einfach Zum Beispiel Dass ich da den Nerz wieder ausschalte Aber dann werde ich wieder degradiert wahrscheinlich, ne Also dieses Klopapier-Nerz Das ist ja Relativ teuer Und das wäre ja für mich unwirtschaftlich eigentlich Ach, ihr merkt schon Ich verstehe überhaupt nichts von dem, was ich hier mache Egal, komm Jetzt spiele ich das Scheiß-Spiel schon so lange Jetzt kann ich auch ein paar Jahre länger spielen Kommt grad auch nicht mehr drauf an Sechs Sieben Also irgendjemand hat mir gesagt Ich muss die Preise senken Dann höre ich da mal so halb drauf Ich habe ja keine Ahnung Wie viel ich sie senken muss Aber Nur Versuch macht klug So Was ist das denn hier? Neun Euro Ich glaube ich kotze Das habe ich ja völlig übersehen Geht ja gar nicht Oh Mann ey Da habe ich über neun Euro verlangt Warum das denn? Ja, das seht ihr mal Das ist Da hat man dann irgendwann Verlippt mir da echt den Überblick Ja, das ist echt schlimm Zu viele Parzellen Zu viele Scheiße hier am Bein So, jetzt habe ich es alles, oder? Gehen wir hier mal schnell durch Alles sieben Euro Hurra, hurra Und hier alle sechs Euro Hurra, 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 hurra Und das waren nochmal sieben Euro Genau Jetzt müsste ich eigentlich alles nochmal durchschauen Ob alles kaiserlich ist Da wirst du echt bekloppt Ey Da wirst du echt bekloppt Ja, scheint also gut zu passen Alles Bestands Ich bin ja gespannt Also, wie gesagt Ich muss Clomanager werden Jetzt habe ich fast die ganze Folge dafür gebraucht Diesen Dreck einzustellen Ja, das tut mir echt leid Und ich muss das jetzt auch mal speichern Weil es war so viel Arbeit Wenn da jetzt irgendwas abbraucht Speichern wir mal da drüber, ja Irgendein altes Spiel So Passt mal auf hier Wirtschaftlichkeit Woran sehe ich denn das hier irgendwie? Gäste, Ausstattung Ich glaube, es müssen einfach auch mehr Gäste kommen Ich weiß es nicht Ich tappe im Dunklen, ja Ich warte in der Scheiße, auf gut Deutsch Ich laufe durch die Kanalisation Und ich habe kein Licht Es ist einfach, ja, grausam So, jetzt habe ich aber alles gemacht, ne? Alles hier grün Hier alles ausgenutzt Und jetzt, äh, nächste Runde So, jetzt pass mal auf hier Ähm, wir brauchen hier einen Vergleich Das müsste ja jetzt irgendwie ins Auge fallen Pass mal auf, ähm Genau, ja Preis 6 Da habe ich, ähm Weniger Gewinn Okay Hier habe ich ungefähr gleich Also, ich habe tendenziell eher weniger Gewinn Das wiederum bedeutet Ich muss dann den Preis doch auf versiegen Nach oben schubsen, denke ich mal, ne? Ho! Aha Pokal für Komfort War es das vielleicht, was ich noch gebraucht habe? War es das schon? Ne, oder? Oh! Das geht ja fix jetzt So eine Kleinigkeit eingestellt hier Ein Doktortitel Das war's, ne? Klo-Designer Scheiße, ich muss noch weiter, oder? Klo-Designer ist noch nicht die höchste Stufe Oh Mann, ey Scheißendreck Das sah jetzt ganz gut aus Ja, klar Jetzt kommt er im Gesundheitsamt Ähm Jetzt bin ich das Klo natürlich los Ja, das heißt Ich muss es jetzt wieder neu kaufen Das ist ja ein Scheiß Wie soll ich denn den Preis optimal einstellen? Ich meine Jetzt bin ich zwar super befördert worden Aber jetzt bin ich den Dingser wieder los Was ist das für ein Mist? Muss ich das neu kaufen? Wieder komplett neu einrichten? Und dann macht er das jedes Mal Und dann verliere ich jede Runde Diesen Scheiß Diese Scheiß Parzelle wieder Das geht nicht Ich muss die vierte schlechter ausstatten Das hilft nichts Oder Oder mehr verlangen Ne, ich muss sie schlechter ausstatten Weil sonst kann ich den Preis ja nicht optimal Ach Mann Weiß der Geier Ich hab keine Ahnung Jedenfalls wenn ich so lasse wie jetzt Verliere ich jedes Mal Diese Scheiß Parzelle Weil das Gesundheitsamt Das kostet ja nichts Das kann er mir jedes Mal drauf Ja Er wird degradiert Ich bin Rundenkönig Hurra, hurra Scheiße Was mach ich denn jetzt? Äh Ja Wir sind am Ende dieser Episode Ich hoffe es hat euch trotzdem Spaß gemacht Auch wenn ich jetzt ein bisschen rumgestellt hab Und ich muss an In den vierten Klos trotzdem noch was machen Das hilft nichts Ähm Ja Lasst mir bitte ein Like da Ich hab's mir echt verdient Ja Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Hoffe ich Äh Wenn's dann weiter geht Okay Ich hab einige Auszeichnungen mehr Das muss man schon sagen Ja Also Alles klar Und neun Millionen hab ich auch ja Ne klar Weil ich die Parzelle verloren hab Scheiße Also ich sag erstmal bye bye Bis zur nächsten Episode Dann komm ich wieder Und dann versuchen wir das irgendwie weiter Keine Ahnung Ich bin ein bisschen ratlos grad Ciao